Fabian Schleusener, herzlich willkommen beim 1. FC Nürnberg. Wie ist es dann letztendlich dann doch dazugekommen, dass du hier in Nürnberg gelandet bist? Erstmal vielen Dank und Hallo. Ich freue mich sehr hier zu sein. Klar war das jetzt schon ein bisschen länger medial auch Thema, das weiß ich, aber ich habe es gerade eben schon mal im Vorgespräch gesagt, es gab für mich und ich glaube für den Verein auch keinen Druck, da ich ja durch die Verletzung noch individuell trainieren musste und auch weiterhin noch muss und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es jetzt schlussendlich geklappt hat und ich hier bin. Du hast aber am letzten Freitag noch einen kleinen Eintriff gehabt, da konnten wir quasi sagen, da war ein Schräubchen locker. Sozusagen und die wurde zum Glück entfernt. Ja, mir wurde eine kleine Schraube entfernt, was aber auch von Anfang an schon Plan war. Das hat ganz gut gepasst, das rauszumachen und bin morgens rein. Das Ganze ging, glaube ich, acht Minuten und durfte mittags dann auch schon wieder gehen. Also es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Eingriff und der mir das erlaubt, dass ich da wieder schneller auch Fuß fassen kann. Jetzt bist du hierher gleich ins Trainingslager mit nachgereist, aber musst trotzdem wahrscheinlich die Kollegen erst mal alleine am Platz üben sehen. Leider, ja. Das tut einerseits weh, andererseits ist es für mich wichtig gewesen, schon hier ins Trainingslager zu kommen. Das lag mir ganz wirklich am Herzen, weil ich glaube, so ein Trainingslager ist einfach wichtig fürs Teambuilding und man kann einfach viele Eindrücke und auch Spielideen mitnehmen und ich wollte von Anfang an dabei sein. Deswegen war es mir einfach wichtig, hier auch noch nachzureisen. Wenn man sich deine Karriere so anschaut, dann kann man schon sagen, das ist keine klassische Karriere, sondern bist da schon eher wie ein bunter Hund. Wie kam das zustande? Ja, bunter Hund nicht ganz, aber es ist nicht ganz die gewöhnliche Karriere, wie man es aus dem Schema Eifern, sondern ich bin relativ spät im Profibereich gekommen, musste mir dann Jahr für Jahr wirklich meine Schritte erarbeiten und bin Liga für Liga sozusagen dann nach oben gekommen. Und ja, ich will die Zeit nicht missen wollen. Ich glaube, dass ich da wahnsinnig viel mitnehmen konnte und mitgenommen habe als Spieler, aber auch als Persönlichkeit und freue mich aber umso mehr, dass ich jetzt langfristig beim Klub unterschreiben durfte. Wenn man sich von der sechsten Liga so nach und nach von Jahr zu Jahr nach oben spielt, wie schafft man es, seinen Körper immer auf die nächste Stufe zu bringen? Ja, da gehört viel Disziplin und Schweiß dazu. Einerseits ist es ja nicht nur das Körperliche, woran ich wirklich fleißig gearbeitet habe und auch arbeiten musste nebenzu. Ich glaube auch im taktischen Bereich, da ich ja nie wirklich im Nachwuchsleistungszentrum direkt geschult wurde, musste ich so viel es geht aufsorgen und mitnehmen und das habe ich gemacht und das macht mich jetzt mittlerweile dann auch als Spieler irgendwo aus. Eine Liga fehlt aber noch irgendwie. Ja, wenn man es so betrachtet, dann fehlt eine Liga noch und der Ehrgeiz ist natürlich da, die auch noch bespielen zu dürfen und da würde ich lügen und das wäre falsch von mir zu sagen, wenn ich das nicht noch erleben wollen würde. Mit 27 erstes Jahr zweite Liga und dann gleich zehn Buden gemacht, ist das so die Messlatte, die man sich dann auch beim neuen Verein legt? Würde ich schon sagen. Ich glaube, dass man im Offensivbereich vielleicht einfach auch nicht immer nur fürs Tore machen da ist, aber dass man als Stürmer irgendwo auch an Toren gemessen wird. Es ist eine Qualität, die ich habe, Tore zu machen. Das habe ich die letzten Jahre bewiesen und das möchte ich, sobald ich fit bin, hier auch unter Beweis stellen. Wie würdest du dich anderen als Spielertyp beschreiben? Es gibt ja Stürmer, die reine Center oder reine Strafraumspieler sind. Was bist du für ein Typ? Kopfballstark, schnell, trippelstark oder bist du eher statisch? Läufst du lieber eher an? Tatsächlich eher weniger statisch. Ich bin ein sehr umtriebiger Stürmer. Ich kann vorne viele Positionen spielen, ob es außen ist, klassische 9, hängende Spitze oder rechts. Ich bin da sehr flexibel einsetzbar und ich glaube, das macht mich auch als Spieler aus. Ich habe ein sehr hohes Tempo, was mir oft zugutekommt. Mein Abschluss ist natürlich dann wichtig auch für mich, um die Tore zu machen und wie ich schon sagte, ich bin da sehr flexibel, was den Offensivbereich angeht. Wie siehst du da die Konkurrenzsituation im aktuellen gerade? Groß, absolut. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist auch gut so. Sonst würde ich mich nicht weiterentwickeln und der Verein würde auch nicht die Ziele erreichen, die er hat und deswegen ist Konkurrenz absolut wichtig, um voranzukommen. Hast du letztes Jahr an Sandhausen gespielt, eine Mannschaft, die eher wahrscheinlich die Blickrichtung nach unten in der Tabelle gerichtet hat. Beim 1. FC Nürnberg hat man denke ich mal andere Ansprüche. Ist das dann für dich auch folglich so der nächste Schritt? Ich glaube, so kann man es absolut bezeichnen. Für mich als Spieler ist es aber gut, auch die andere Seite zu kennen und glaube, dass es jetzt aber schöner ist, auch beim FC Nürnberg zu spielen und vielleicht ein bisschen nach oben zu blinzeln, eher nach oben zu blinzeln als nach unten. Beide Versionen haben irgendwo einen Druck, aber ich glaube, der schönere Druck ist dann, doch oben mitzuspielen und den Anspruch habe ich an mich selbst und ich glaube, auch der Verein hat den Anspruch an sich und da möchte ich mich auch einbringen. Hattest du viele Vereine in den letzten Jahren, für die du gespielt hast? Hast du den Dreijahresvertrag hier in Nürnberg mal so ein bisschen eine Art Homebase? Absolut, irgendwo mal ankommen und in Nürnberg kann man, glaube ich, sehr gut ankommen. Die Stadt ist top, der Verein hat eine Strahlkraft mit den Fans, mit dem Umfeld. Ich glaube, hier drei Jahre zu unterschreiben, das ist schon eine gute Sache. Abschließend, wie bist du von der Mannschaft aufgenommen worden? Von den anderen Stürmern als Konkurrent oder vom Team? Hey, da kommt ein lustiger Neuer. Ja, da ich jetzt noch nicht direkt mitwirken kann, bin ich sehr, sehr gut aufgenommen worden. Mich hat nicht direkt jemand umgegrätscht. Nein, ich bin ja gestern Abend erst angekommen, kurz hallo gesagt, heute ein paar Termine noch gehabt. Deswegen, das wird sich alles einpendeln, aber natürlich, sobald ich fit bin, möchte ich natürlich auch zeigen, was ich kann. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du dich hier pudelwohl fühlst und dass du sportlich all diese Ziele erreichst, die du vorgenommen hast. Danke dir auf jeden Fall mal. Vielen Dank. Dankeschön. Schrei vor Frucht mit Through2go. Through2go von Frankenbrunnen. Bing. Spreide für gleiche Vielen Dank.